Herzlich Willkommen zum Adventskalender aus der Friedenskirche. So schön, dass Du dabei bist. Wir wünschen Dir Gottes Segen beim Anhören. Willkommen zum Adventspodcast der Friedenskirche. Wir laden Dich ein, Dich mit uns auf den Weg zu machen. 24 Tage. Hast Du Erwartungen? Erwartungen an den Advent? Vielleicht ein bisschen weniger jammern und ein bisschen mehr glauben, dass Gott ankommt, auch in Deinem Leben? Ich habe eine Frage für Dich. Wie gut kennst Du Gottes Zusagen für Dein Leben? Ich möchte mit Dir tief eintauchen ins Alte Testament. Wir schauen den König Ahas an in Jerusalem. Seine Situation war nicht leicht. Er war militärisch bedroht, gleich von zwei Gegnern, von oben und von unten, Ephraim und Syrien. Ist Dein Friede auch gerade bedroht? Zwei Brandherde, die Dich wie in die Zange nehmen? Gott spricht. Gott spricht durch den Propheten Jesaja zu Ahas. Ich lese aus Kapitel 7, Jesaja 7. Hüte Dich und bleibe still. Fürchte Dich nicht und Dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen. Später wird Ahas sogar herausgefordert, in eine Beziehung mit Gott zu treten, ihm zu glauben. Jesaja fordert ihn heraus und lädt ihn ein, ein Zeichen von Gott zu fordern. Er darf sich etwas wünschen, damit Gott erkennbar wird in seinem Leben und Ahas, er kneift. Er traut sich nicht. Er möchte Gott nicht herausfordern. Gott ruft Ahas zu, bist Du mit mir? Glaubst Du mir? Glaubst Du an mich? Ahas sagt, ich weiß nicht genau. Wie viel erwartest Du von Gott im Advent 24? Glaubst Du an Zeichen und Wunder? Glaubst Du daran, dass Gott sich zeigen kann, erweisen kann, seine Liebe Dir wirklich sichtbar und deutlich nahe bringt? In unserer Geschichte geht die Situation weiter und Jesaja haut einen Satz raus, der es in sich hat. Da spricht er zu dem König Ahas, ist es Euch zu wenig, dass Ihr Menschen müde macht? Müsst Ihr auch meinen Gott müde machen? Was für eine Vorstellung, mein Kleinglaube macht Gott und Menschen müde. Ein einschläfernder, langweiliger Glaube, der sich ins Bett legt. War's das? Gute Nacht, Amen, Tschüss. Gott sei Dank nicht. Die Situation geht weiter und das ist das, was Advent ausmacht. Der Prophet Jesaja spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Gott selbst sucht sich ein Zeichen, um sich Ahas zu erweisen und zu zeigen, ich bin mit Dir. Was passiert hier? Gott glaubt mehr an Dich, als Du an ihn. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist mehr mit Dir, als Du mit ihm. Und das ist Advent. Gott mit uns. Immanuel, Gott wird Mensch. Gottes Verheißung hat sich damals erfüllt, vor rund 2000 Jahren, als Jesus Christus auf diese Welt kam. Und Gottes Verheißung steht. Immanuel, Gott ist nicht weit weg, sondern mit Dir. Zwischen den Brandscheiten Deines Lebens. Gott wird nicht müde, darum weckt er Dich auf. Erwarte Großes. Vertraue ihm. 24 Tage im Advent. Jetzt geht's los mit diesem heutigen Tag. Ich möchte beten für die Zeit, die vor uns liegt. Gott, Du glaubst mehr an mich, als ich an Dich. Und das gibt mir Kraft und Mut, in diesen Advent zu gehen. Du bist mehr bei mir, als ich es schaffe, mit Dir zu sein. Das ist mein Halt. Das ist das, was mir Ziel und Ausrichtung gibt. Ich erwarte Dich in diesem Advent. Amen. Das ist das, was mir zu sehen.